Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich möchte euch in diesem Video ein Programm vorstellen, womit ihr Bilder konvertieren könnt. Mit diesem Programm könnt ihr auch, also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was dieses Programm nicht aufmachen kann in Bilderform. Ihr könnt auch GIFs damit öffnen, TIFFs, alles mögliche und ihr könnt sie in alles konvertieren. Zusätzliche Besonderheit an dem Programm ist, dass ihr auch eine Stapelverarbeitung machen könnt. Das heißt zum Beispiel, ich benutze das Ganze, wenn ich eine Animation rausgerendert habe und habe diese vielleicht auf eine sehr hohe Qualität gerendert. Und das Videoprogramm braucht aber vielleicht eine andere Bilddatei, um das Ganze nach als Animation rauszurendern. Dann kann ich das mit diesem Programm stapelweise machen. Ich kann 200 Bilder in einem Rutsch rüber konvertieren und die entsprechende Qualität davon angeben. Deswegen will ich euch das ganze Programm zeigen, das heißt XNView. Sieht man hier oben, ist gratis zum Download, bei Chip.de zum Beispiel. Und ich möchte euch einen ganz kleinen Überblick geben. Wie gesagt, ich finde das Programm super. Ich benutze aber auch nur einen Bruchteil von dem, was es kann. Ihr könnt, wie gesagt, in alles konvertieren. Ihr könnt die Auflösung ändern davon. Alles mögliche. Und wir werden uns mit der Stapelverarbeitung beschäftigen. Ich habe deswegen hier einfach mal so repräsentativ quasi ein paar Urlaubsbilder genommen, die ich mit der Kamera geschossen hatte. Letzter Termbesuch. Und wir schauen uns an, wie groß das Ganze ist. Ich möchte nämlich das unter Umständen bei Google Plus teilen. So, das heißt, ich gehe auf Eigenschaften, sehe 43,5 Megabyte. Das ist ein bisschen zu viel für gerade mal sieben Bilder. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auf in XenView. Und zwar gehen wir dafür auf Werkzeuge, Stapelverarbeitung und können jetzt hier Bilder hinzufügen. Das ist ein altes, das können wir löschen. Und gehen auf Hinzufügen. Suchen dann unseren Ordner raus. Fotos. Und nehmen das hier, markieren das alles und sagen auf OK, hinzufügen. So, jetzt können wir hier den Ausgabeordner festlegen. Hier würde ich einfach mal sagen, wir gehen auf die gleiche Struktur. Also D. Und suchen Fotos. Und da stellen dort einen neuen Ordner. Urlaub Convert. So nenne ich das dann immer OK. Gut, damit haben wir das eingegeben. Jetzt können wir hier noch die Optionen festlegen, in was das konvertiert werden soll. Und natürlich, also das könnt ihr hier festlegen. Und natürlich auch noch die Qualität. 80% ist immer noch sehr viel. Normalerweise könnt ihr locker bis auf 40% runtergehen. Und dass das irgendwie großartig zu sehen ist. Klicken wir auf OK. Gut. Nach Konvertierung Dialog schließen. Ist auch in Ordnung. Und deswegen starten wir das Ganze mal. Sollte relativ schnell gehen. So, und jetzt sind am einen Rutsch sieben Bilder konvertiert. Wie gesagt, ich finde das Programm echt super. So, schauen wir nochmal kurz. Wir hatten jetzt hier 43,5 MB. Und haben jetzt hier 5,5 MB. Und wir schauen uns die Qualität an. Qualität ist nach wie vor super. Man sieht das nur hier bei so leichten Übergängen. Aber das trübt den Gesamteindruck eigentlich nicht. Schaut immer noch genauso aus wie das Original. Und die Auflösung bleibt natürlich auch erhalten. Die könnt ihr auch noch runterschrauben. Wenn das, ja, wenn es notwendig ist. Und damit kann man natürlich auch noch was sparen. Das soll mal mein Tipp am Rande sein. Xenview ist echt ein super Programm zum Stapelweise konvertieren. Wie gesagt, wenn ihr solche Bilder zum Beispiel teilen wollt. Ich mache das jedes Mal, wenn ich ein Bild hochlade auf Google+. Oder irgendwelche ähnlichen Plattformen. Facebook vielleicht oder Twitter. Konvertiere ich das jedes Mal vorher hier runter. Und jetzt hat so ein Bild gerade mal bei einer sehr hohen Auflösung gerade mal ungefähr ein halbes Megabyte. Und das finde ich echt super. Gut, das war es zum Xenview. Und vielleicht bis zum nächsten Video. Ciao.